So, moin und herzlich willkommen zu ZLZ bei Star Fox 64 3D. Jo, im Lettern haben wir mit der Geschichte angefangen. Wir haben das Hauptspiel angefangen. Wir haben die ersten beiden Level gemacht, Konaria und Meteo. Haben beide Level sehr souverän abgeschlossen. Im ersten Level ist uns Falco abgekratzt und ja. Ich will sagen, wir machen mit Fikina weiter. Fikina. Und ja, los geht's, ne? Drittes Level auf der leichten Mute. Oh yeah. Befreie unsere Basis von der feindlichen Armee. Alles klar, General. Okay, noch mal, Männer. Es gibt hier auch eine Möglichkeit, auf die mittlere Route zu kommen. Ehemaliger Stützpunkt Starwolf-Team. Unser Rivalenteam. Ja, noch mal, Männer. Okay. Mal gucken, ob ich diesen Part das Besserein bekomme mit der Steuerung. Ein bisschen Schnee, tut gut. Wir haben Winter, da passt das Level gerade wunderbar. So, komm mal her. Hallo Falco. Ja, aber ich hab dich letztes Mal schon verrecken lassen. Also warum soll das nicht jetzt? Wie soll dich jetzt jetzt aber mal stören? So, tschüss. Geh mal kaputt da. Yo. Ja, ich auch. Nicht nur einen bisher. Ja, vielleicht eventuell gleich. Aber irgendwo hast du was. Irgendwas ist verloren. Da ist der Kölner Ring. Yay. Nummer zwei. Jihihi. Wo ist er denn? Wo ist Peppy? Hä, da. Was ist Peppy? Hä, der ist doch gar nicht da. Ja, was zur Hölle. Echt? Glaub ich nicht. Alter, was macht ihr denn immer wieder? So, SOS. Immer dem Ding folgen. Da. Wow. Jetzt bin ich in den Gegner reingeflogen. Ich kinn's. Ups. Muss ich immer. Alter. Yo. Ich hab doch gar keinen gekillt. Du gehörst mir. So, herzauber. Doch, tschüss. Ein leichter und die goldene nächste. Warum kommen immer mehr Schiffe aus der Basis? In der Basis von der Droge gelegt. Oh nein. Kann sich irgendjemand darum kümmern? Das kann ich nicht zulassen, Starfox. Andross hat uns mit eurer Vernichtung beauftragt. Happy. Lange nicht gesehen. Andross Feind ist doch mein Feind. Hat er gerade gesehen, wie schnell er Scham schon bekommen hat? So, tschüss. Nummer 1. Zuerst müssen wir uns noch um diese Typen kümmern. So, Nummer 2. Oh, haben schon zwei gekillt. Kann das sein? Oh, lol. Glaube ich nicht. So, tschüss. So, ich würde mal ein Salto machen, bitte. So, nein. Okay, das ist wahrscheinlich Wolf, würde ich sagen. Vermutlich ist das Wolf auch. Aber er macht gar nicht unbedingt Salto. Feigling. Du Weichei. Halt die Schnauze. Ich krieg dich sowieso, irgendwann. So, kommt mal Remsen. Ich glaube, er dreht jetzt. Hallo, er dreht ja? Oh, come on, Leute. Macht was. Wofür bezeuge ich euch? Dumm, 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 dumm. So, Salto. What the fuck? Wird er passen. So, das ist er gar nicht. Was ist er denn? Das ist er gar nicht. Wo ist er denn? Achtung. Hallo, Peppy. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Jetzt zur Hölle. Hä, was? Jetzt reizt es mir. Da ist er. Nachschub. Ich will mal Nachschub haben. Gib mir mal Nachschub. Oh gut, er kriegt halt keinen Nachschub. Der nehmt nicht. Dann gönn mir doch halt auch keinen Nachschub, Mann. Oh, come on. Ich will nämlich trollen, der Typ hier. Na komm, wir fliegen halt von vorne. Wow, das war knapp. Alter, was? Du Sotten. Er will mich verarschen. Das ergibt keinen Sinn, was wir da machen. Oh ja, okay. Na ja, wo ist er? Ah, da ist er. Okay, ich habe ihn gerade gesehen. Ihr holt mich mal, bitte. Na ja, jetzt sind wir genau ineinander hier, ne? Kann's gar nicht, weil ich gerade hinter mir bin. Ja, Alter, ich erwischte nicht. Nicht krass aus hier, ey. Er lebt doch noch einer. So. Ja, ich mache wieder kein Salto. Das klappt wieder wunderbar. So, jetzt aber drehen und jetzt echt mal killen. Das ist ja Zeit hier. So, jetzt mal gut hier, Digga. Ja. Ja, weil, der war zweites Alter, das ist ein anderer. Aber es geht bei ihm ab, ey. Uah. So, jetzt. Das war's. Oh, mein Gott, ey. Das war knapp. Muss ich ehrlich gestehen. Das war echt knapp. Wow. Aber wir haben es geschafft. Wuhu. Da, 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 dumm. Wir haben sie geschafft. Das hätte doch stief gehen können, doch, ey. Mischung erfüllt. Alle Piloten, klar, das bericht. Hey, wir haben's geschafft. Fox, nimm dir nicht zu viel vor. Das war knapp, Fox. Wird überbewertet, knapp, wird überbewertet. So. Dann würde ich sagen, da haben wir das dritte Level auch durch. Das war zügig. Das war sehr zügig. Ach, guck mal, wir haben, oh, ho, ho, ho. Guck mal einen an. Wir haben den On bekommen. Deswegen die goldene Punkt, äh, die gebraunste Medaille. Aber ich hab die Mittelroute freigeschaltet. Das war gar nicht mal Ziel. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Kann ich den anderen nehmen? Ich will die alternative Route zu Sektor X nehmen. Danke. Schön, dann wollen wir mal hin. Also muss man das verkacken. Okay, Sektor X. Okay, wenn ihr also die leichte Route nehmen wollt, müsst ihr die Mission mit der Bombe verkacken. Und gegen Star Fox nicht gewinnen. Es darf Wolf nicht gewinnen. Und wir sind wieder im All. Kampfzone Sektor X. Mission Nummer 4. Sechs Leben haben wir. Wow, sechs Leben, sechs Bomben. Lasst uns diese Waffe zerstören, Jungs. So, schön Gegner killen, ja? Gegner killen. Was wollt ihr von mir? Wollt ihr nerven wieder? Können alle sterben, mal bitte. Das wäre nett. Okay, die goldenen Ringe nehme ich natürlich gerne mit sehr viel Laune sogar entgegen. Wer ist schnell? Ja, überhaupt keiner. So. Hier nochmal kaputt hier. Und hier auch nochmal. Tschüss. Was? Die sind hier noch nicht schnell. Die sind noch normal. Wir wählen uns der Basis. Oh, geht mal kaputt hier. Autsch. Min. Okay. Aua, 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 aua. Das hat wie? Ja, mit. Oh, oh. Jetzt bin ich... Hier scheint vor uns schon jemand gebietet zu haben. Aufpassen, dass wir nicht in die... Da ist ein goldener Ring. Oh, die Banken sind schon wieder, ey. Ich hab ihn doch gar nicht getroffen, Assain. Doch, jetzt. Jetzt hab ich ihn getroffen. So, dritter goldener Ring. Und Checkpoint. Wir brechen so ab hier. Ich hab kein... Oh, ne Hand. Ne Hand, hab ich doch gerade gesagt. Ja, ein bisschen, ne, Peppy? Ein bisschen. Ich schulde mir was, ne? Hol mir mal ein Bier. So, hol mir mal ein Bier, bitte. Bitte ein Bier. Bitte ein Bit. Okay, schon wieder ein Laser. Aber ich hab auch schon die besten Laser. Okay. Ach, wollt ihr denn wieder von mir? Geht doch mal, ich sterben, bitte. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ihr habt eh keine Chance. So, geht kaputt, alle. Das Problem ist halt wirklich in diesem Level halt. Die andere Route hier zu bekommen, ist nicht mal so schwer. So. Alles klar. Wir schenken dir. So, war alles klar. So, Gott, mal. Nachschub holen wieder. Das ist mein Ziel. Mal die Bomben wieder mitnehmen, weil wir die ja gerade verballert haben. Die nehmen wir wieder mit. Und den Golden Ring auf den Dritten. So. Zack. Ja, was soll das jetzt hier? Alter. Nein. Oh, jetzt hab ich schon wieder ein Leben bekommen. Das wollte ich doch gar nicht. Jetzt kriegen wir wieder eine Medaille. Das ist gar nicht mein Ziel. Das ist nicht mein Ziel, Leute. Ganz im Ernst. Wow. Ist mir zu ruhig. Gerade ein bisschen ruhig, oder? Ich wollte sagen, geht doch noch weiter bestimmt, oder? So, tschüss. Komm, wir wollen den Ring mitnehmen, ja. Dam, dam, da, dam, da, dam, dam, da, dam, da, dam, dam. Was? Ist da was? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo ist denn was? Ach, da, hab's schon gesehen. Hallo. Was ist das, ey? Was zur Hölle, ey? Zwei Borg. Okay. Das ist ja nett. Hey, provozier mich nicht, Mann. Au. Aufpassen. In seiner Hand ist Rott. Juhu. Ja, ich schieße da so in die Fresse, ey. Alter, schön mal dein Leben abgehen. Wow. Hinter dir. Ich bin hinter dir, hallo. 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 So, tschüss. Das war ein bisschen leicht, oder? Wow, Platten. Sich selbst. Okay. Das war's schon. Ist unerfüllt. Wow. War irgendwie ziemlich leicht, oder? Das ist so die Problematik, eine leichte Mission. Peppi, du bist immer im Arsch. Du bist immer besser, Fox. Du bist immer im Arsch. Egal, was du machst, Peppi. Du bist immer. Immer im Arsch. So. Wir kriegen wieder eine Bronze-Medaille. Zwei Leben sogar wieder dazu. Das ist echt ungewollt, Leute. Ohne Scheiß. Ich will gar nicht die Dinger sammeln, weil... Wofür? Hat gar keinen Sinn. Also finde ich jedenfalls. Bisher. Hat das auch keinen Sinn. Naja, was soll's. Gibt's Schlimmeres, oder? Okay. Ja, ich geb dir gleich Pause, ey. Ich benutze auch nicht mal die 3D-Funktion. Ich kann mal zeigen, was aussieht hier. So, hier. Hui. Du kannst kein Bild bewegen. Das ist aber aus, Leute. Wir haben schon wieder... Oh, Leute. Ich will nicht in die Mittlerroute. Alter. Das ist so, weil ich die Mission immer erfülle. Ich will nicht... Okay, immer, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr auf die leichte Route kommt, verkackt immer jede Mission. Scheißegal, was ihr macht. Verkackt sie. Dann kommt ihr auf die leichte Route. So. Was willst du auf diesem Planeten? Es ist doch viel zu gefährlich. Ich kann Slippy doch nicht hängen lassen. Also, ihr müsst jetzt wissen, normalerweise, wenn man es verkackt, würde Slippy auf den Planeten geschlagen werden. Aber da wir Slippy ja nicht verloren haben, weil ich den besiegt habe, den Typen gerade eben, ist das ein bisschen hinfällig. Und wir fahren die erste Mission mit dem Panzer. Sehe ich gerade. Da, 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 da. Da, da. Jetzt ist doch vielleicht die Bundeswehr hier, ey. Die Bundeswehr-Panzer hier. Jetzt geht's ab hier, ey. Ja, jetzt haben wir... Okay, Panzer-Steuerung-Rolle mit... Gleiches wie auch beim Standard. Und schweben können wir mit LR zusammen. Dann können wir eine Runde... Achso, oah. Ich dachte gerade so, what the hell, da liegt eine Bombe. Achso, was zur Hölle... Oh. Das macht mir Schaden. Nein, ich setze keine Bomben ein. Das lohnt sich nicht für die. Das ist mir jetzt pussyhaft. Ui. Was ist denn das eigentlich? Sind das Käfer oder... Sind das die Kram? Okay. Nochmal drei Punkte. Das ist echt so, ne? Er wird... Er wird gefangen genommen, wo er nicht gefangen genommen worden ist. Hammer. Wow. Okay. Ui. Achso, das ist halt ein bisschen doof mit der Steuerung. Weil du jetzt halt nur die Sicht da oben hast. Und die Gegner, die vor dir halt fahren. Na ja, ich bin... Ich bin gerade im Boden drin gewesen. Habt ihr das gesehen? Ui. Ich kann durch das Ding glitschen. Hallo. Dam, dam. Hallo. Wir sind... Einfach krass. Ui. Das wollen wir ja auch noch haben. Dankeschön. Naja, will ich nicht. Ah ja, ist kaputt hier. Au. Das tut wie. Lass das. Lass das. Ah, lass das. Lass das. Lass das. Geh weg. Geh weg. Ich will hoch. Ich will hoch. So, meine Bombe. So, nehmen wir mit den Ringen hier. Ah, ich weiß noch, was für einen Boss wir hier haben. Ich weiß noch, was für einen Boss wir hier haben. Der ist komisch. So. So, ich glaube jetzt erstmal... Alter. Ui. Okay. Warte hier. Boom. Da haben wir schon keinen Spoiler vom Boss. Wow. Habt ihr gerade den Kopf gesehen? Halt diesen Panzer oder was auch immer das war? So, Checkpoint. Okay, wollen wir mal runterpallern da oben? Da, da. Da, da. Ich will alles haben. Niemals, meinst du? Ui. 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 Wo? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Okay, warte her. Ich will das haben. Nein, ich will das haben. Was ist denn mir? Oh, oh. Also Leute, wenn euch das stört, dass ich... Na, egal. Wo denn? Nach da oben. Ja, ich kann jetzt gar nicht aufziehen, du Pisser. Mein Gott, jetzt halte ich die Schnauze auf die Nerven. Oh. So, meiner. Boom. Auf zu werfen, kleinen Stein. Sterb. Sterb. Wo? Was? Wo Bombe? War da wieder eine Bombe? War da eine Bombe? Bombe. 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 Da, da. Da, da. Ach, da. Slippy. Hallo. Nee, den soll ich nicht ein. Wegen nächsten Level halt auch. Wäre dumm, wenn ich das mache. Hallo, Slippy. Hallo. Hallo. Okay, weiter geht's. Wir müssen die Arme und... Ja, tschüss, Slippy. Wir sehen uns. Ehe, he, he, he. Das ist ja einfach verpisst. Ja, hallo, du bist hessisch. Na, komm runter hier. Bisschen Party machen hier. Ja, bin dabei. Hier. Bombe oben. So ist sie hochgeschossen. Hui. Hier noch mal eine Bombe. Und hier noch eine Bombe. Okay. Kann ich grad nicht. Ja, aber der ist wahrscheinlich schon gleich tot, ey. Der Kopf nervt mich. Wow. Macht gar mehr mehr. Achso, ist das lustig. Was willst du denn schon wieder? Hier, mach dein Arme da weg. So. Kann ich nicht. Doch, jetzt kann ich. Hallo. Kann man grad sagen, ey. Wiii. Kaputt gegangen. Hab keine Bomben mehr. Alles zerballert. Na, scheiß drauf. Hab ich mir nur den Kopf durchgefahren. Egal. Wir haben's geschafft. Dam, dam. Mission erfüllt. Dam, dam. Alle Piloten. Statusbericht. Wir haben's geschafft. Ich dachte, ich sei erledigt. Nächstes Mal lass ich's da. Das ist echt, Mann. Falco. Ich bin sicher, dass er seine Lektion gelernt hat. Das ist echt so, Mann. Ey, ohne Scheiß. Sobald wir zurück sind, geht es in Richtung Venom. Naja, zwei müssen wir sind so. Naja, komm, ist doch treibst man nicht. Diesmal kriegen wir nur ein Leben und wir haben auch keine Medaille bekommen. Juhu. Keine Medaille. Finde ich hier mal gut. Keine Medaille sind gut. Wobei ich auch nicht mal weiß, wie viele Punkte man da braucht hier. Ach, was soll's. So. Ich glaube, wir haben Skill. Ein bisschen, oder? Vor allem jetzt ist es hammer und logisch. Jetzt kann der Panzer hammerlang fliegen. Aber in den Missionen, wenn ich das mache, so ganz minimal. So minimal. So bish. Ne, ihr versteht schon, ne? Ich glaube, ihr kapiert, wie ich das meine. Okay. Ohne groß irgendwas sagen zu wollen, würde ich sagen, wir werden die Part an dieser Stelle jetzt. Und im nächsten Part versuchen wir, die leichte Route abzuschließen. Es sind nur noch zwei Level vor uns. Einmal Bolz und Venom kommt halt noch. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.